Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. Neun Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Und das Wetter spielt nach wie vor verrückt. Auch Mitte bis Ende Mai können wir uns nicht sicher sein, ob wir den Frühling wirklich schon erreicht haben. Aktuelle Aufnahmen vom Großglockner erreichen uns hier. Ja, sehr, sehr bewölkt, feucht. Und die Temperaturen eben auch nicht im Frühling entsprechend. Und auch aus dem Alpbachtal haben wir aktuelle Fotos. Da liegt noch reichlich Schnee. Also da kommen sogar die Skifahrer noch auf ihre Kosten. In Europa. Tieferachsel bestimmt das Wetter. In Mitteleuropa vielerorts ist es trüb mit Unwettergefahr durch teils heftige und länger anhaltende Regenfälle. Ebenfalls wechselhaft, aber spürbar kühler ist es dagegen im Westen des Kontinents. Was bedeutet das? Für Österreich in Vorarlberg, in Nordtirol, Salzburg in Oberösterreich und in der westlichen Obersteiermark. Da regnet es größtenteils noch immer in Strömen. In Osttirol und Kärnten anfangs intensiver Regen mit dabei und ab Mittag dann auch immer mehr Regenpausen. Das heißt auch der heutige Tag etwas durchwachsen aus österreichischer Sicht. Wie sieht die 24-Stunden-Prognose aus? Da blicken wir zunächst in den Westen. Regen, wo man hinsieht, auch intensiv den ganzen Tag über Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad untertags. Im Osten sogar noch eine Spur frischer. Da klettern die Temperaturen lediglich auf 16 Grad rauf. Lediglich im Abend beruhigt sich die Lage und die Regenschauer reduzieren sich. Im Westen können wir im Prinzip erst am Sonntag so ein bisschen aufatmen. Da kommt die Sonne zum ersten Mal vorwiegend wieder zum Vorschein. Ansonsten sehr regenreich. Im Osten dürfen wir uns schon früher freuen. Donnerstag und Freitag sehen wir die Sonne schon hervorblitzeln bei 21 Grad Celsius. Soviel zu den Wetteraussichten. Wir kommen jetzt zu unserer Top-Story des Tages.